Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit einem kleinen Infovideo zu mir. Und zwar, ich fahre, also ich wusste es, kleine Ankündigung, und zwar ich fahre am 27.02. in den Urlaub. Und das Ganze geht bis 27. März, also ziemlich genau einen Monat. Ja, ich brauche mal eine kleine Pause von allem. Und, ja, in diesem Zeitraum werden halt von mir keine Videos kommen. Aber, es ist, denke ich mal, auch angebracht zu sagen, ja, dass ihr auch alte Videos gucken könnt, wenn ihr möchtet. Also, ich habe hier ja noch einige andere Projekte stehen, zum Beispiel James Bond oder Crash Bandicoot. Im Moment spielt es ja, denke ich, schon Wrath of Heaven. Und, ja, in diesem Fall jetzt nur die kleine Ankündigung, nicht, falls ihr denkt, dass ich noch ein Video hochlade oder so, jetzt im März oder so. Und, nee, Freunde, das gibt leider keinen. Und ich bin, wie gesagt, bis zum 27. März im Urlaub. Genau, und, ja, das wäre es auch schon von meiner Seite. Viel Spaß bei meinen nächsten Videos, beziehungsweise bei meinen nächsten Projekten. Und, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ciao, ciao.